Hallo Leute, da Raffi sich weiterhin im Urlaub aufhält, gibt es heute zur Überbrückung die besten Jujutsu-Kaisen-Memes. Viel Spaß! POV, you are watching a fight scene in Anime and they play a Flashback. Das ist so ehrenlos. Das ist so ehrenlos. POV, me looking in my head after I finish beating it for 17 times this day. I can finally sleep in peace. I can't sleep in peace. How I look at bro after I said see you next year on December 21. Next year? Bro, I'm not gay, but $20 is $20. Bro, it's $20. The special great curse known as Mahito felt true fear for the first time. I can't sleep in peace. I can't sleep in peace. I can't sleep in peace. $20 is $20, you know, man. You're happy that Jujutsu finally gets his revenge. I can't sleep in peace. Haha, die reden zurück, Alter. POV closed Ladekabel von deinem großen Ruder. I can't sleep in peace. Ah, die reden zurück. Ist das geil, Alter. Oh, mein Vater kamen. Was schon nix zu ohne zu fragen. Hast du mal Give me your strongest coffee Der Goge Cove, Alter Ich weiß gar nicht, ich halte das nicht aus Ich habe so immensen Bock auf JJK Ich habe mir heute wirklich gedacht Wenn dieser JJK Manga dann irgendwann zu Ende geht Ich schwöre, es wird was in meinem Leben fehlen Deswegen, Leute, ganz ehrlich Wenn ihr Manga-Reader seid, genießt die letzte Zeit Die kommt nicht wieder Das ist echt special, was da gerade abgeht Brofink, sie ist the honored one Hä? Warte mal Ja! The honored one, Alter Wie geil ist das denn? Diese JJK Season 2 Muck ist echt zu geil, ey Ich weiß nicht, wer auch immer den Season 2 Soundtrack kombiniert hat In meinen Augen bist du ein absoluter Gott, Digga Das ist nicht mehr normal, was du da für ein Brett geliefert hast POV, you got her period blood on your only shirt And her dad got home early Ton, Ton, Ton Ton, Ton, Ton With JJK Character is popping the hardest Hä? Achso Digga Boah Bruh, Sukuna, same Oh Gott, nein, der weiß sogar Oh, er beschwert Maulhager zum Kacken Oh, er ist am gucken Oh Gott Ey, das ist das, was ich weiß, Bro JJK Community ist die krankste Es ist wirklich krass, was aktuell abgeht Die Memes sind so kreativ, man Who knew that Sheldon Koopa was actually Satoro Gojo I'm playing Koopa Well, it's not exactly a plan But I think I'm going to pass out Alter The last thing my younger brother sees after we finish playing He's not born yet Oh nein, Bro, der dritte honored one Ja, er wird sogar angemalt Ach, Bruder, das ist, was ich meine, Bro JJK Meme Game ist das stärkste Aktuell Kein Anime macht es heftiger als JJK Ey, ich weiß nicht, es ist einfach so Live after getting a 14-Day-Account-Suspension Ey, ich höre, manche Bros brauchen einfach mehr von dem Oh, das S-A-O-O-B ist so geisteskrankt Einfach schön, ey Wenn du Loil gerade spielst, du bist, Digga Denk nicht, dass du grinden wirst Denk, ich weiß, du hörst The Climb, The Rise Und du denkst so, Bro, ich bin es Ich bin der nächste Faker Nein, bist du nicht, ich war es auch nicht Quittet einfach Verkauft den Accounts, sperrt ihn, was auch immer Aber einfach raus da Es hat eh keinen Sinn Bro, der hat sich die Harte weiß gefärbt Er ist einfach Protagonist geworden PoV, you're the last one in your friend group without a girl I alone am the wholeest one Ey, ich schwörte, dem geht safe so Er ist freier als Erdenjäger When Alex and Steve were mining for diamonds Alex asked Steve If we found the ancient city, would you be able to beat the warden? Steve answered If he were to use his domain expansion, malevolent darkness It might cause me a little trouble But would you lose? Nah, I'd win Eventually they both came face to face with the terrifying monster And it released its domain expansion Ey, nein I did not know two key things One, Steve brought a bucket of milk Which nullified his domain expansion Two, Steve did some off-camera mining Nein During the fight, the warden asked him Are you the strongest because you are Steve? Or are you Steve because you are the strongest? Steve replied When it comes to these two weeks of this server's life My dedication to it is limitless Because throughout the end and earth I alone am the crafting one Ey, bro Minecraft lore, anders, Steve Anders, Steve Me telling Ja, das hab ich gesehen Me telling GD He can just temporarily injure characters Instead of permanently killing them Ah, bruder, shit Ach so, scheiße How the store salesman looks at me When I bought only a rope and a chair Ist sie kein Ach du grüne Neune Du bist da bis ne halbe Hose Und dann auch noch die Sandalen Die sind ja das Beste da dran an dir Das ist ein richter, böser Bube Der heißt Uwe Das ist ja ein richter Kraftprotz Das ist ein richter Kraftprotz, Emil Emil Ach du meine Gitte, ist die niedlich Das ist die Agathe, die Zuckerpuppe Agathe hat gezaubert Ach du, Schande Die werden ja immer böser Das ist ja ein Krieger, Otto Oh Mann, oh Mann, oh Mann Du willst Glas blasen? Das ist die Gläser, Uschi When your bro convince you to ask out your gym crush He said the worst she could say is no Das ist natürlich durchaus schwerwiegend I'm gonna eat it Don't eat it Oh, I'm gonna eat it Don't eat it Here comes the choo-choo You idiot That was not Sukuna's finger That was Stephen Hawkins finger Wait, what? What does that mean? I'm gonna eat it Er heißt Uji� Satadori Oh Gott Das Ding ist, dieses Meme ist auf mehreren Arten krank wenn ich sage, shut up, und sie sagt, make me. Wo sind wir? Wo sind wir? Gigi Agutami ist in dem Staat der Familie. Nein, ey. Alle die Vorstellung, dass er da wirklich sitzt, macht das zu geil. Doppellacher, wie egal. Oh mein Gott. Gigi, stopp, draw him like this. Was habe ich gesehen? Was habe ich gesehen? Das mit Dream. Ich sage dir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich bin gestorben. How to talk to women if you are scared of them. POV, me getting ready to say I thought you were my sister when meeting bro's mom. Game is game. The post not clarity literally killing me after I aged so angry. Wow, 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 wow. Schwupp, oh Mann, wie gut das? Hey, what the hell, man? Ich komme nach, sobald ich den Ausländer... Rene kann die Allergations nicht besiegen, bro. Er kann sie nicht besiegen. Da erledigt habe. Hallo, Mann. Ey, Bruder. Oh, ich kann nicht einmal Das ist so wözel, das ist so maximal wözel. Nein, nicht Toch! Oh nein! Nein! Girls try to pour an egg's face, wind blows... Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. Oi 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 oi... Angry Birds? JNJK meme game is insane. Out of all the sperm I just released, who would win? Them or you? Well, if they were to go straight for the egg, they might cause me a little trouble. But would you lose? Nah, I win! While the sperm was on his way to the uterus, woman opened her domain, the immune system and cells... Oh, jeder von uns! Jeder von uns! Luckily for man's favorite sperm, it learned domain amplification and nullified the immune system's sure hit effect. After a hard fought battle, the sperm finally entered the egg. Ich kann nicht mehr... Are you the strongest because you're the first sperm here? Or are you the first sperm here because you are the strongest? The sperm replied, when it comes to conception, we are the exception. Because throughout ejaculation... Nein! Nein! I alone am the born one! I alone am the... Ey, der war strong! Der war absolut strong, ey! Uuuuuh! Ist das geil, ey, ist das geil! Okay, warum höre ich die Musik von JJK? Warum höre ich die Musik von JJK, wo die Dame gestorben ist und sehr amin Allah? Das ist kein gutes Zeichen. Das is да! Bilder sind mir viele vieleBrooks-Nakiche ... Laker m���ys. Ja! Den habe ich gesehen, den habe ich gesehen! Das ist so dumm, Alter! That's so maximal dumm, ne! POV, you pull all-nighter to fix your sleeves, kid, ja. Moins in Phil! Phil, dankeschön für's schneidende Videos! But you start seeing shit that doesn't exist! Oh, Alter. Oh mein Gott, ist das gruselig. Liebst du in Deutschland, weil du... Ja, von Senpai, das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Oh, scheiße, Alter. Deutschland, sagen wir mal, real rap, Deutschland ist eigentlich, Deutschland ist eigentlich Liddy. Deutschland ist eigentlich Liddy, ist ein geiles Lando, auch ich ohne Lambo. Aber wir müssen alle mal ein bisschen chillen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen alle mal ein bisschen chillen und runterkommen und ein bisschen zu korrekten Menschen werden. Und dann ist auch alles cool. What I think I'm going to look like after doing my monthly five-minute workout on my bathroom. Ich kann das nicht mehr, so wie der macht. Ah, ah, Alter, Alter, da hat's richtig gezuckt, oh Gott. Oh, Alter, da hat's richtig gezuckt im Hals. Ich weiß nicht, wie das für euch aussah, aber schon richtig weird, aber... Oh, ich glaube, ich hab meinen Nerv eingeklemmt. Let's hang out, I have plans, my plans. Oh, no! It's not right or wrong. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. I love you, baby. When it's getting dark and I still can't find the last sheep to get a wool to make a... Smart. Smart. Sehr smart. Sehr, sehr smart. How I look at Bro after his mom said to him, you should be more like your friend. Me and Bro, nothing and a girl at the same... What the hell? Time to recreate a hybrid child to be the perfect... Aha, wow. And smashed together those two different infinities to create imaginary mass. Imaginary technique. Hollow. Purple. Oh, nein. Cross the kitchen. Fascinated me, Spongebob, where we are, you mean Spongebob. Oh. Oh, shit. Oh, oh. Damn, Bro, he's f***ed. When the teacher is already making you read the whole chapter in class and that one person in the back said, I can't hear you. Where are you? Me, I'm almost there. All to me. I can't say the wood snuff. Me approaching the homeless man after spraying a whole bottle of Dior Zavage on myself. I can't wait to blame, I did better fight, I can't wait when I need lights, they'll f***ing lie. Oh, nein. When you're cheating on a test and the teacher looks at you, so you hit him with one of these. Oh, Antutu. Oh, was könnte sein? How do you feel when you let that big fart out that you had the whole time you were hanging with her? When you walk past your mom, who's in a bad mood, and accidentally trigger a two- Unskippable, I can't see. Oh, nein, will she lasse you, nein. Oh, Chris. I'm so special online. How I feel after I just decided to send the Risky's text to a baddie. I'm going to be blocked. Oh, what the hell? Baby Megumi summoning Big Raga with mom said no Dino Nuggets. Oh, no, I think I downloaded it wrong, JJK. It's back, the meme is back, it's 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 back. JJK-Film arguing about who the worst villain is. It's entirely possible. You'll be me after calling the number on the missing child poster and saying, Mommy, I'm scared, and then hanging up. Alter, das ist aber... Das ist aber next level dark. Me logging in from a new device, googled. By my six eyes, it's telling me you're Tsukuro Kato. With both my heart and my soul, no otherwise! You'll enter me already! Who the hell are you?! Bro crawling back to me after I went on a date with the Gojo fangirl. I've warned him about he didn't listen. God help! Help me! Help me! Math teachers when you ask them how Pythagoras' theorem will help you in real life. Good question. Math exam is cancelled because one of the students got possessed by a demon. Math teacher. Me convincing my future child that he must be best friends with Bro's child. The law must continue. The law must continue. The law must continue. Megumi! I cooked so and think, bro, was willst du von mir? Me pulling up to the slot machine with my son's open hearts. Oh, Junge, Alter. He can have two hearts when I win. That one old friend always rematches old stuff instead of trying news. Seiki! Beste. POV when I sent her a risky text expecting her to block me but she reprised me with the same energy. It's time to log in. Finally, my brother called me Oni-chan. Story time. How to skip child's words. My family gets on my nerves. My type and woman. How to gru- Oh, no. When Bro finally pulled the girl he was yapping about for three years straight. We thought he was lying. Bro, that one homie whose voice doesn't match his face. Oh, my God. Keep those peepers covered. No, I know exactly what you mean. Shit. Oh, my God. Ach so, warte. Die Husten kacken. Die Husten kacken. Nein, das war nicht. Die Husten kacken, weil die Husten einfach kacken. Deswegen, Alter, ich kann das nicht mehr. Hold peace, when you say a joke and no one hears what your friend says it louder. Oh, you alone are the quiet one. Oh, man. This hurts. Do you like giving up? Listen to this. Damn, Bro. Why do you sound like a... Bro, there's ice. There's ice, bro. There's... I'm here with the boys. I got... 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 Jokes. Smoke volcano man. Bro, the strong cosplay is like crazy. I got... I got me the man. The man. Oh, Gott. Oi, 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 oi. Oh, nein. Bong. Bong. Bro, it's so random. What is here? What is here? Ach, das ist eine echte Werbung. Was zum Teufel? Okay, es ist doch keine echte Werbung. Was ist hier los? Oi, oi, oi. Digga, wie kann ich... 10 von 10. Woher? Woher kommt der gerade? Nein. Toach, Alter. Toach is here, baby. He is here. And he's fire. Ey, man. DJK Season 2 Generation. Das Ding ist der Revealer-Schuss. Wieso ist das so gut animiert? Bro, wir sind alle verloren. Warum ist... Es ist so gut animiert. What the hell? Bro, das war eine Folge, DJK. Hättest du das haben denn nicht gesehen? Hättest du gesagt, okay, alles cool. A leak? Don't take a leak, bruh. What? Benji? Lord. Junge, ist das dumm. Es ist so dumm. Ja, bro. Phil freut sich jetzt. Phil freut sich. Geil. Super. Wenn du die Gespräche für 50 Minuten mit einer Frau mit einer Frau mit einem Ding, Blond. No, ich bin genug. Wenn du siest. Geil. Der Geil ist gut. Aber du ist schade. Nicht schlecht, Luigi. Aber... Ihr Domain ist nur ein Partikel wie mir. Domain-Expansion. Mario Galaxy! Wenn ich Pinocchios Gesicht schraube, schraube ich meinen Hintergrund und schraube ihn zu sagen, es schmeckt gut. Es ist nicht. Was? Achso, Digga. Ich hab den jetzt erst gekettet und der ist so böse mit Pinocchio. 5 Sekunden, ihr könnt doch aufheben. Aber 5 Sekunden, dann alle Bakterien trufen. Ja? Das ist ein cooler Release-Hate. Let's play Minigame. Das ist Ausrufezeichen. Was? Ey, Mann, Alter. 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 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 6 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 14 14 14 20 14 15 11 14 15 15 16 17 16 17 Ich glaube, ihr habt das mit dem ganzem Einschicken nicht verstanden, das war halt die Szene, die Szene war halt so, das war ja, ich muss die POV erklären, 2023, 2024. Ach Junge, Alter, dieser, ey Mann, ich kann das ja. When you show up to class after a two-day absence and all the girls in class start clapping and say, we support you. Die Musik, die Musik. When you show funny Instagram Reel to Mom and she starts strolling and you know what kind of Reel's gonna come. Oh oh, 10 out of 10 girls sits by me. Hey, hey, the weather is quite nice today. Astro, da bist du bei wem. Blood got hit by a hollow purple. Sorry, I'm not. I'm not going to happen to you for now. I'm not going to die. I'm just 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 going to die. Hey, ich setz, nee. Ich muss, nee, warte mal. Ich muss mich hinsetzen dafür. Ich weiß, das wird nicht gut enden. Ich muss sitzen dafür. Ich kann nicht. The next station is Shibuya. War alle, was ich... War alle, was ich erwartet habe, war es nicht das? It's over, Luigi. Nein, es geht weiter. Ja? Was? You give me no choice, Mario. Domain expansion. You give me no choice! No! Bro, wieso ist mein Lachen heute ein Husten? Bin ich... Sterbe ich bald, oder was? My eyes on a normal day, I look like a drug addict. How life feels after that one person shots the fuck. Auch das. Auch das. It's so true. P.O.V. How MFs feel after walking to random couples on Valentine's Day and saying second one today, huh? Hey, Hayden is real. Putting my newborn son, Project Maueraga, in the microphone. See? If he attempts to die, nein, Project Maueraga. Alter, ist das geil, ist das krank, Alter. Ist das geil, ist das krank. Ich bin mildly disappointed, ich will summon ihn wieder nach 9 Monaten. Wenn Gott die Universität erschaffen hat, er fragte ihn seine Lieblingsplanet. Aus all den Sternen, die ich gerade erschaffen habe, wer würde gewinnen? Sie oder Sie? Dann hat die Erde gesagt, wenn sie ihre Domain-Supernova-Explosion verlassen, dann könnte sie mir ein bisschen Probleme geben. Aber würde sie verlieren? Nein, ich bin. Während die Erde war auf den Weg nach dem Solar System, die Son, die größte star in der Solar System, und die Erde's only worthy opponent, hat sie ihre ultimate technische Technik, Hell's Flame, Demonic Solar Flare. Dies-Integration? Dies-Integration? When it comes to space and time, my cosmic abilities are truly sublime. Because throughout the Milky Way and the Solar System, I alone am the habitable one. I'm the habitable one, Alter. Hey, hey, hey. Wir haben einen Test genommen und hörte den Lehrer, die Antwort zu einem anderen Studenten erklären. Es wird uns starten, dass es Sinn macht. Oh nein, Digga. Oh nein. Wenn meine Ex rausbekommt, dass ich eine neue habe. Lass uns heimgehen. Bro, das ist aber eine... Das ist aber eine crazy-ass-Ex, sage ich dir. Eine crazy-ass-Ex. Toji als Ex-Bro ist immer sehr, sehr schwierig. Be confused in a Bro's Basement, if I accept his gift or call the police. Was? Bro, did you disable my Crunchyroll? No, why? What the hell is this? Oi, 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 oi. Ich hatte aber echt einen starken Bro. Da kann man g'stagen. Oh nein. Bro. Hahaha. Win... Ha! Winninger Yuji! Ähm... Digga, Sky war so big. Ihr zwei Tussis. Mit euch fange ich an. Ihr wollt doch sicher etwas von mir, oder? Für den Finger vorhin. Die kämpfen, wie ich nach Mindset-Tik-Toks mit Frauen drehe. Das ist echt... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Poppist Domain, Spanches. Micky ist zurück. Inhausch, Clubhouse. Oi, oi, oi. Mein Mut, nachdem ich eingeloggt habe. Oh nein, oi, oi. I'm going to vote for you soon, dear. Oh nein, oi, 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 oi. This is my ultimate goal. Oh nein, oi, oi, oi. Oh nein, oi, oi, oi. Oh nein, oi, oi, oi. Oh nein, oi, oi. Oh nein, oi, oi, oi. Oh nein, oi, oi, oi. Oh nein, oi, 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 oi. Hallo, nein. Jeder hat diesen einen Freund, der nichts für sich beiden kann. Oh nein, coach. Oh nein, oi, 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 oi. Sorry, I'm not going to die. I'm now going to die. Hey, man. It's just the Kaisu with Alpha Favorite AV. I mean, blabby. The reason why I don't play Fortnite. It looks like our streak of losses is going to continue. I'm not even sad, though. The world is just so beautiful right now. In Unreal Engine 5. What the hell? Oh, man, I have hollow purple in my inventory. Das Klavier. Das Klavier. Ach, du. Ey. Bro. Das ist so deep, bro. Ich kann nicht mehr. When you're having the time of your life and you're signing rumors, was some cringy shit. Ey. Ich fühle das auf einen emotionalen Level, guys. Ich sag's euch. Ein emotionales Level. The scene was so sad. Was kommt jetzt? Was erwartet? Was? Was ist denn jetzt? Bro. Chris. Booyah. Bro telling me his ex just broke up with him. So I have to... Toto, Alter. Me telling me you can smash me tonight instead, Alter. Ach, nein. Nein. Ich, wie ich merke, dass morgen Montag ist und der Zyklus wieder beginnt, in Klammern. Ich muss nur bis Freizeit durchhalten. Oh, der Wecker. Der Wecker, Bro. Der Wecker war außer Hölle gerade. Der war außer Hölle gerade. Vollidashaқuper. Okay. Das ist stark. Was ist das? Ich toisuper' nicht lachen. Oh, 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 oh. Mein drmann, Bro. Wo ich sag ihm, dass ich Vorrede mit Fiona schlächeuche bin, ist er traumatisiert después der Last... Er hat która gesprungen. Alles in der Schweine, Bro. Ich mach's so wie Faddy gesagt hat, keine Beine. P.O.V. The Death Kid trying to explain what happened to the Twin Towers. Oh nein. Oh, Chris und Anime, man. Bro. Geil, steht da einfach auf. Ja, 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 ja. Popp'n 8 Pads on my coat, I'm on the road. So, like I'm back. When the teacher picks you to answer a question and you have been staring at the wall for the past. Good question. I wouldn't know the answer to that. Ach, geil. Beste Leben. Wer kennt den klassischen? Wenn man so keinen Plan hat im Unterricht und gar nicht weiß, was genau abgeht, dass man so hmm, hmm, ah, hmm, was könnte die Antwort sein? Well, me and Bro both followed her, followed her, but she only followed Bro back in English. Satoru was the best. Haha, I hate you. Oh, shit. Oh, shit. What, is that like a gang sign or something? Well, Eveline, try it. Was, uh, Kermit gegen Suku, what? Bro, he's a crazy horse. Domain expansion. Oh, shit. Swamp of serenity. Swamp of serenity. Okay. Oh, shit, they got into, oh, babe. Oh, damn, Bro. Das is crazy. Das is crazy. Das kam aus nichts klarer. Damn, Bro. Druck das auf ein T-Shirt, Alter. Crazy, crazy, crazy. How to win a debate against an Etis? Very easy. Oy, oy, oy. What do you mean the fit is not hard? You're just a hater. That's all you do. I don't know if they are going to say that. POV, you are taking a test and you hear the teacher explaining the answer to another student. It all starts to make sense. Oh, dude. Bis zum nächsten Mal.